Hallo bei Inkup Your Pan. Heute möchte ich euch einen weiteren Vintage Füllfederhalter vorstellen, den ich gebraucht gekauft habe und zwar handelt es sich heute um den Parker 45 Classic. Wie immer will ich euch den Füllfederhalter beschreiben, will euch natürlich auch so ein bisschen was zu der Geschichte des Füllfederhalters erzählen. Dann machen wir Maße und Gewicht, dann machen wir einen Schreibtest, dann sage ich euch, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt am Parker 45 Classic und zum Schluss ziehen wir wie immer ein kurzes Resümee und ich verrate euch, ob ich den Füllfederhalter mir wieder kaufen würde oder eher nicht und natürlich auch, was ihr dafür anlegen müsstet bzw. wo ihr ihn denn finden könnt. Dann fangen wir jetzt an hier bei Inkup Your Pan. So sieht er aus, der Parker 45 Classic. Das ist ein Kunststoff Füllfederhalter mit einer Metallkappe. Der typische Parker Pfeil ist drauf, auch wie ihr hier seht mit Parker beschriftet. Hier hinten nochmal das Logo, da kann man lesen Made in England. Also ein klassischer Füllfederhalter. Der Parker 45 ist ca. 1960 entstanden und der Name geht zurück auf den Colt 45. Das hat folgenden Hintergrund, so wie ich das recherchieren konnte. Und zwar war das die Zeit dieser, ja ich sag mal so ein bisschen, wo man so heroische Dinge eher angegangen ist oder Namen gegeben hat. Und dieser Füllfederhalter war der erste Füllfederhalter von Parker, der mit Patronen ausgestattet war. Damit konnte der genutzt werden. Später natürlich auch mit dem Konverter. Ich habe hier einen Konverter dazu genommen. Und vor diesem Hintergrund war das ein, ich sag mal, preisgünstiges Modell. Der hat damals so ungefähr 3 bis 4 Dollar gekostet neu. Und ja, ist so ein bisschen, ich sag mal nach dem Parker 51, diesem klassischen Modell, einfach so eine Möglichkeit auch in den Bereich der preisgünstigen Füllfederhalter einzusteigen. Später hat man hier sogar noch diese Metallkappe weggelassen bei den späteren Modellen des Parker 45 und hat die durch eine Kunststoffkappe ersetzt. Also man wollte da schon so ein bisschen in Richtung Schulfüllfederhalter gehen und ja auch günstige Füllfederhalter produzieren. Ja, soviel zu der Geschichte. Ich finde die Namensgebung ganz interessant. Ich glaube, heute würde keiner mehr seinen Füllfederhalter nach einem Colt benennen. Aber zu der Zeit muss es wohl so gewesen sein. Zumindest haben das meine Recherchen im Internet so ergeben. Okay, dann schauen wir uns den Füllfederhalter mal an. Die Kappe ist gesteckt, die ist auch recht fest drauf. Insofern denke ich mal, hat man hier auch überhaupt kein Problem, wenn man den irgendwie einsteckt, dass einem da die Kappe abfallen könnte und man da irgendein Problem mitbekommen könnte in der Hemdtasche zum Beispiel. Ja, die Kappe selber ist eine Metallkappe mit dem typischen Parker Clip dran. Der Clip ist sehr funktional. Also da erwartet, glaube ich, auch keiner etwas anderes von Parker, als dass das so ein funktionaler, ich sage mal, Clip ist. Die haben genug Erfahrung, die wissen, wie es geht. Ja, Kappenkopf ist fest verbunden. Da wird auch der Clip mitgehalten. Alles aus Metall. Hier hatte ich schon gesagt, Parker, Made in England, das Logo hinten drauf. Sehr stabil, wertig. Wie gesagt, ist 1960 entstanden. Also ihr seht hier, der ist also noch gut in Schuss. Dann schauen wir uns mal den Füllfederhalter selber an. Das ist hier schwarzer Kunststoff. Das Griffstück und der Schaft in der klassischen Linienführung. Interessant ist hier, die Feder ist eine breite Feder. Den hatte ich so entdeckt und da hat er mich auch gleich angesprochen. Ich mag ja, wie ihr wisst, breite Federn und deswegen habe ich mir den hier geholt. Auch hier mit diesem Metallstück nochmal abgesetzt, wo dann die Kappe drauf hält. Also alles sehr, sehr gut gemacht. Da kann man nicht sagen, hat hier so leichte Erhebungen drauf, wo dann die Kappe auch hält. Also alles wunderbar. Dann schrauben wir den mal auf und beschäftigen uns mal mit dem Griffstück. Also hier könnte man normale Patronen einsetzen. Ich habe aber mir einen Standardkonverter hier eingesetzt und arbeite nicht so richtig gerne mit Patronen, wie ihr wisst. Griffstück sehr griffig. Da gibt es gar nichts. Feder, Stahlfeder, Breitefeder. So ein bisschen bedeckt oder verdeckt. Also Hooded Nip, sage ich mal. Nicht ganz ausgeprägt, aber doch zumindest hier so angedeutet. Kunststoffgewinde, Kunststoffgewinde. Seit 1960 hat es gehalten. Also insofern sage ich mal, wenn bis jetzt nichts kaputt gegangen ist, dann wird auch Stein oder später jetzt nichts mehr kaputt gehen. Eine Sache noch. Ihr seht hier schon, dieser Konverter, der ist sehr, sehr klein. Ihr könnt auch nur so einen kleinen verwenden, weil der Schaft, der läuft nach oben hin, geht ja so ein bisschen zusammen. Und da kriegt ihr einen Standardkonverter, kriegt ihr da einfach nicht unter. Also ihr müsst, wenn ihr da mit Konverter arbeiten wollt, müsst ihr euch so einen, ich sage mal, Mini-Konverter mit eben geringerer Tintenmenge dann auch holen. Okay. Ja, alles jetzt auch zum Schaft nochmal. Alles aus Kunststoff gefertigt. Kein eigenes Endstück hier, sondern einfach hier so eine Mulde. Also ja, sehr, sehr klassisch, sehr klassisch gearbeitet. Okay, soviel dazu. Zur Beschreibung und so ein bisschen zur Historie des Parka 45. Und dann machen wir als nächstes Maße und Gewicht. Ich habe den Füllfederhalter hier schon befüllt. Ich habe mich für eine Parka-Tinte entschieden, und zwar für Quink Black Blue. Und mit diesem Konverter, der wie gesagt nicht Original-Parka ist, sondern ein ganz normaler Standardkonverter, also so ein Kunststoffkonverter, und der Tinte drin, wiegt der ganze Füllfederhalter 15 Gramm. Das ist also eher ein leichter Füllfederhalter, wobei es fühlt sich schon wertig an, dadurch, dass hier diese Metallkappe dabei ist. Also das ist schon sehr, sehr schön. Im geschlossenen Zustand, so wie ich ihn jetzt hier vor euch hin halte, da misst er 13,8 Zentimeter. Wenn ich ihn geöffnet halte, in der Hand halte, ihr wisst, ich habe relativ große Hände. Ich sage es ja immer in meinen Videos dazu. Ihr seht es hier, der liegt gut in der Hand. Und ohne Kappe misst er 12,7 Zentimeter. Klingt erstmal nach wenig, aber muss sagen, völlig in Ordnung. Und auch hier das Griffstück, da das auch so ein bisschen sich nach unten hin verjüngt, kann man da individuell eine, ich sage mal, eine Griffstelle finden, je nachdem, ob man es etwas breiter mag, dann greift man ein bisschen weiter oben, oder ob man es etwas schmaler mag, dann greift man ein bisschen weiter unten. Ich greife hier so ziemlich in der Mitte und muss euch sagen, ich bin da sehr, sehr zufrieden mit der Haltung dieses Füllfederhalters hier. Ja, dann kann man den natürlich auch aufgesteckt benutzen. Das sieht dann so aus. Ihr seht, hält bombenfest. Man kriegt es auch leicht wieder ab, aber man merkt schon, dass es dann richtig sitzt. Und mit der Kappe aufgesteckt, misst der Füllfederhalter 14,4 Zentimeter. Das ist auch nicht sehr kopflastig. Man merkt natürlich die leichte oder leichte Metallkappe, aber auch das finde ich nicht unangenehm. Könnte mir auch vorstellen, so zu schreiben, aber ihr wisst, ich bin kein Freund vom aufgesteckten Verwenden der Füllfederhalter. Deswegen werde ich es hier jetzt auch nicht tun, sondern wenn wir jetzt in die Schreibprobe gehen, werde ich ihn ganz normal verwenden. Der Schreibtest. Wir haben heute hier vor uns den Parker 45. Designer ist Don Domen. Der hat einen ganz legendären gemacht, neben dem 45er, und zwar den Parker 51. Aber heute geht's um den Parker 45, den ich hier habe. Tinte ist Parker. Hoppla. Quink. Black. Blue. Das ist eine B-Feder. Und Papier ist wie immer Claire Fontaine. DCP 160 Gramm. Okay, soviel zu den Rahmenbedingungen. Und dann könnt ihr jetzt mal hören, wie der Füllfederhalter hier über das Papier gleitet. Ja. Klingt sehr schön, auch wenn ihr hier gesehen habt, hier hatte er ein Anschreibproblem. Kann an der Haltung liegen. Kann vielleicht daran liegen, ich habe den zwar gereinigt, als ich ihn bekommen habe, aber dass da vielleicht noch irgendwas feststeckt, kann ich nicht genau einschätzen. Wie ich euch gesagt habe, ist ja ein Füllfederhalter, den ich gebraucht gekauft habe. Und ja, da muss man mal schauen. Okay, jetzt haben wir den Moment offen gelassen. Dann versuchen wir mal schnelles Schreiben. Gucken, ob er sofort da ist. Ne, ist er nicht. Oh, er ist ja gar nicht mehr da. Jetzt ist er wieder da. Dann hat er hier schon seine Aussätze. Ihr seht es hier hinten, hier ist fertig. Warum auch immer, so? Kann ich nicht sagen, aber er ist nicht mehr zu begeistern. Mal aufschrauben. Vielleicht mal ein bisschen Tinte drauf geben. Mal gucken, ob mir das so gelingt. Ein bisschen vorsichtig da Tinte reinzudrücken. Da ist er wieder, genau. Da kommt es wieder. Also vom Tintenfluss her, naja, geht so. So, dann probieren wir mal verkehrt herumzuschreiben. Ihr seht schon, das wird hier immer weniger. Ich würde sagen, das ist dann so ein bisschen Richtung F, wenn ihr hier im Vergleich dazu die breite Feder seht. Aber es wird hier auch so ein bisschen weniger im Schriftbild. Dann versuchen wir ein bisschen Variationen hineinzubringen. Mal gucken. Nein, das sieht alles sehr ähnlich aus. Ja, Tintenfluss haben wir jetzt hier natürlich ein bisschen, ich sag mal, geschummelt, indem wir da nochmal am Konverter etwas Druck ausgeübt haben. Insofern würde ich sagen, ist das nicht ganz repräsentativ. Lassen wir ihn nochmal im Moment offen. Mal gucken, ob er jetzt nochmal schreibt. Jetzt ist er wieder da. Auch ordentlich der Tintenfluss. Ja, ist fast schon zu viel. Ja, also da müssen wir nochmal schauen. Aber von der Schreibeigenschaft her, er gleitet seitenweich übers Papier. Ihr habt es selber gehört. Da gibt es keine Probleme. Die breite Feder schreibt sich sehr angenehm. Aber sie hat natürlich Aussetzer. Muss man einfach deutlich hier, wie ihr es hier gesehen habt, signalisieren. Und hier ist es auch ganz deutlich. Und erst, ich sag mal, die Arbeit am Konverter hat den jetzt hier wieder den Tintenfluss deutlich erhöht, sodass man hier dann weiter schreiben konnte. Okay, soviel zum Schreibtest des Parka 45. Und dann sage ich euch als nächstes, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt. Was gefällt mir gut, was gefällt mir weniger gut am Parka 45? So sieht er aus. Hier ist er nochmal. Ja, sehr gut gefällt mir die breite Feder. Ich versuche es hier nochmal zu zeigen, dass ihr nochmal so ein bisschen seht. Ja, da könnt ihr es sehen. Also die ist wirklich sehr, sehr schön. Der breite Strich gefällt mir. Das finde ich sehr angenehm. Ist ein sehr gutes Schreibgefühl. Seidenweiches Schreiben hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Der Füllfederhalter selber ist sehr griffig, wenn ich ihn hier so in der Hand halte. Ihr seht, der passt prima in meine Hand. Da gibt es kein Problem. Und was mir auch gut gefällt, ist, dass ich hier einen Standard-Konverter, auch wenn es so ein Mini-Konverter ist, eben mit verwenden konnte. Ja, soviel zu den positiven Dingen. Was gefällt mir weniger? Ja, ihr habt es gesehen beim Schreibtest. Der Füllfederhalter hat Aussetzer und zwar massive Aussetzer. Man musste erst den Konverter bedienen, damit da mehr Tinte durchfließt. Ich kann jetzt nicht abschätzen, was dafür die Ursache ist. Ob es an der Parker Queen liegt, glaube ich nicht. Also die Tinte, denke ich, ist über so eine Geschichte erhaben. Ich habe ihn gereinigt. Vielleicht müsste ich ihn noch weiter zerlegen. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass vorher eine Tinte verwendet wurde, so eine Kalligrafie-Tinte, weil die war sehr hartnäckig und beim Reinigen habe ich das schon festgestellt. Vielleicht ist da ein bisschen was hängen geblieben. Ich dachte eigentlich, dass ich ihn schon jetzt soweit hätte, dass man ihn benutzen kann. Aber ich glaube, da muss ich noch mal ran gehen. Wenn es sich damit nicht abstellen lässt, dann muss ich mir mal den Tintenleiter genauer anschauen. Kann ich jetzt noch nicht richtig einschätzen. Sollte das so bleiben, würde ich euch noch mal in meinem Bemerkungsfeld hier auf YouTube noch mal mitteilen, ob da, ich sag mal, ein bauartbedingtes Problem bestehen könnte oder ob es bei meinem Modell zumindest besteht, weil da kann ich ja nur von meinem Modell, dem Parker 45 Classic, sprechen. Ich glaube nicht, dass es am Alter liegt. Ich habe wesentlich ältere Füllfederhalter, die kein Problem haben. Also das würde ich mal ausschließen. Aber nichtsdestotrotz, ja, ich kann es momentan nicht definitiv sagen, ob er denn wieder hundertprozentig fit wird, sage ich mal, sodass man ihn also nicht erst aufschrauben muss und den Konverter bedienen muss, um weiterschreiben zu können. Das werden wir sehen. Aber ich glaube schon, dass man das wieder hinbekommt. Und vor dem Hintergrund, ja, würde ich mir ihn wieder kaufen. Also ich habe über eBay Kleinanzeigen mit Versand 9 Euro bezahlt. Dafür würde ich mir auf jeden Fall wiederholen. Vor allen Dingen auch mit der breiten Feder. Ich finde, es schreibt sich sehr, sehr angenehm und ich denke, dass ich die Anschreibprobleme hier in den Griff bekommen werde. Der wird normalerweise so zwischen 30 und 40, vielleicht auch 50 Euro gehandelt. Insofern ein echtes Schnäppchen. Da würde ich mir auf jeden Fall wiederholen, ob ich mir für 40 oder 50 Euro oder 30 Euro kaufen würde, bin ich mir nicht sicher. Da gibt es eine ganze Menge gute Füllfederhalter, auch neue, keine Vintage Füllfederhalter. Da muss jeder selber entscheiden. Aber zu dem Preis, zu dem ich ihn bekommen habe, muss ich sagen, klar, klare Kaufempfehlung. Wenn ihr den so für 10 Euro bekommt, kann ich euch nur raten, kauft euch den. Investiert vielleicht ein bisschen Zeit in die Reinigung. Etwas mehr, als ich jetzt hier investiert habe. Und schaut ihn euch genau an. Zerlegt ihn, reinigt ihn. Und ich könnte mir vorstellen, dass ihr dann ein ganz tolles Stück habt. Ja, soviel zum Parker 45 Classic und dann sehen wir uns das nächste Mal bei Ink Up Your Pen. Wenn das jetzt alles ihr wollt, macht es etwas schon wieder zurück. Und unten geht dann einfach um 2d lo revel, 3d leckon. Und dann wenn wir dann hier ein ganz grundsätzchen prayingidrichs mal kurz sch JSON Sch Silent告. Und dann gibbt das jetzt mal ab. Und dannาน поступen auf dasopedia. Und dann soll das поех Nada ab!